Willkommen zurück zu einer weiteren Runde, äh, Afterbirth. Heute werden wir, ähm, heute ist der Tag, an dem wir Essayus spielen werden, mit dem Greed Mode. Denn ich habe gehört, irgendwann soll da geändert worden sein, oder es waren Trolls, aber egal, wir versuchen's heute. Und ich schaff's heute, Safe Call. Mir, scheißegal, wir schaffen's heute. Wir machen das. Ich bin guter Dinge. Und dann schalten wir endlich fucking Lille frei und dann, äh, rasieren wir mit der hier ordentlich durch. So, Trollbomben können keine normalen, also das ist eigentlich ein geiles Trinket, so, finde ich immer noch. So, äh, Trollbomben können halt nur noch normale Bomben werden. Wenn man das Trinket relativ früh hat, eigentlich ein ziemlich geiles Ding. Ach, guck mal. Irgendwie fühlt sich das selbst auch irgendwie stärker an. Ach, guck mal, wird der wieder gebackt? Ja, muss ja. Dann stimmt das also, was man gesagt bekommen hat. Aha. Ich war nämlich schon am Verzweifeln. Am Verzweifeln. Pfeibel. Am Auswanderer. Trotzdem versuchen, nicht getroffen zu werden. Das ist wieder sweet. Aber wenn ich das so sehe, ne, da krieg ich doch schon wieder Bock. Da krieg ich wieder Bock auf ein, äh, auf ein bisschen... Und ein bisschen reinlaufen in die Gegner. Na, ihr Plebs. Ihr Plebs. Ihr kleinen. Ihr kleinen jämmerlichen Plebs. Das, äh, das nehmen wir mal mit. Das finde ich nämlich ganz geil, das Ding. Easy. Oh, shit Easy So, gib mir mal ein paar Herzen Hm, was haben wir denn hier? Companionship Vision Companionship Das ist ja schön Kappa So, wir machen mal folgendes Wir fliegen mal hier rein Speed up Tears down Infested Läuft bei uns So, wir holen uns einen Schlüssel Und wir holen uns Ja Holen wir uns Damage und Challenge ab So, ab geht's Rotten Baby Das ist ein schönes Teil Schön, schön Ab geht's in die nächste Ebene So, ich bin guter Dinge Ich hab ja gesagt gerade schon Damage scheint wieder gebufft zu sein Und es fühlt sich auf jeden Fall so an Tears up, jawohl Da haben wir doch wieder alles im Lot Im Loder Alles im Loder So Ab geht's, Top Lane Klassischer Klassischer Leak Talk Ha Scheiße, wa Keine Treubomben für dich The Sun Das 1 up Ähm Wir werden mal hier Ne Bombe benutzen So Wow, hat ja viel gebracht Körper Kepo Kepo Gino Gino Guckt euch das an Ist das nicht schön Das war nicht so schön Okay Das sieht doch ganz gut aus So, was haben wir noch hier? Schlüssel Wir nehmen erstmal den Schlüssel mit So, dann kriegen wir hier irgendwas Gib mal her das Ding Gib mal her das Ding Bevor ihr euch wieder aufregt und sagt Was? Bill hat das nicht mitgenommen Das war doch vollkommen Was? Seit wann gibt's denn sowas? Oh Gott, das ist ja super Aids Oh, wie komm ich denn jetzt wieder rein? Och ne Ich brauch einen Schlüssel Hätte ich ja gewusst Oh, ich wusste es nicht Oh, nee Kann man die rausschieben Aus der Tür? Oh, nee Jetzt kann ich die nicht aufmachen Ich wusste nicht, dass es hier Schlüssel gibt Schieb raus Das Ding Och, Kacke Ach, dammit Hier gibt's nur Müll Hier gibt's nur Müll-Items Wollen wir mal den Sündenraum angucken? Komm, machen wir mal Okay Okay, das war okay Ach, scheiße Ach, nee, da ist er doch Nee, da ist er nicht Ach, komm schon Ich hätte einen Schlüssel gebraucht Zwei sogar Hätte ich mal wissen sollen Naja Ich will Trotzdem Hier weiterspielen Was haben wir hier? Hm Ist die Frage Ist das Vierer besser gut? So Ja, es ist gut Ich glaube, es ist trotzdem einfach gut Ja Es ist gut Es ist auch gut Wenn ich das Das ärgert mich gerade Mega So Just saying Ähm Puh It's It's item Äh Was haben wir noch? Wir Machen Erstmal die kleinen Dinger hier kaputt Weil wir haben ja ein paar Wunden Und dann machen wir das hier Boah Krebs Übelste Quadra-Messer Ah Lalalalalalala Lalalalala Lalalalala Okay Was haben wir denn hier? Nur Rotz Irgendwie Warte mal Das eine gibt Range Aber Holy shit, Alter Äh Wir haben irgendwie Einen ziemlichen OP-Damage Gucken wir zumindest davor Also Hm Best trinket EO West Wenn jetzt wieder da Dinger liegen Na Okay In der Bombe hin In der Bombe hin Ah, es ist schön Das ist echt schön So Jetzt folgendes Wir haben 57 Münzen Aber irgendwie habe ich das Gefühl Hier ist nur Scheiß Nur Scheißel Sollen wir das hier mitnehmen Speed und Range Eigentlich will ich das nicht mitnehmen Da spare ich mir lieber meine Münzen auf Für die nächste Ebene Vielleicht haben wir ja da irgendwas Tolles Ne Bevor wir hier unsere Münzen sinnlos verprassen Wir haben ja noch ein paar Shops So Heißt ja jetzt nicht Dass wir jetzt Äh Ne Haben noch ein paar Shops So Gucken wir mal Äh Ein schwarzes Herz Für 15 Münzen kaufen Irgendwie Nicht so worth Klingt jedenfalls nicht so worth Aber ein Münzen Schlüssel für drei Münzen Klingt worth Ähm Boah Es ist auch wieder schlecht So Was haben wir denn damit Die Kohle Ah Die können wir mal mitnehmen Der Rest ist auch wieder so Äh Bäh 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 Okay. Okay. Hä? Hm. Na super, klasse. Wir machen jetzt folgendes. Der Death Lotus ist geil. Drei HP Ups. Die Black Onion. Ist okay. Ändert das irgendwas? Ändert das gar nichts? Ah, shit. Den Pokéball, den finde ich jetzt nicht so geil. Bin ich ganz ehrlich. Die Brille ist auch scheiße. Der Schnuller. Was könnte nochmal der Schnuller und die Boots? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Der Schnuller. Was kann der Schnuller nochmal? Den hatte ich glaube ich schonmal zuhause. Die Boots. Corsix Isaac to spawn 6 Troll Bombs on the floor every time he gets hit. Das heißt, wenn wir getroffen werden, kriegen wir 6 Bomben. Troll Bomben, aber die werden dann zu normalen Bomben. Ist eigentlich eine coole Mechanik. Und der Schnuller? Ein Soul Heart und Tears Up. Und wir sind Mini Size. Ja, das nehmen wir mal mit. Würde ich sagen, oder? Tears Up kann man immer gebrauchen. Ich glaube die Boomerang Tears haben halt überhaupt nichts gebracht. Im Gegenteil. Haben glaube ich alles noch schlechter gemacht. Ähm, ich würde gerne ehrlich gesagt ein bisschen Leben haben noch. Ich meine, ich will auch ein paar Münzen aufsparen so für den. Für den, äh, für den Greed. Für diesen, äh, für diese Greed Maschine. Okay. Beer. Okay. Extra Protection. Her damit. Und her damit. Ah, shit. Okay, wir machen folgendes. Wir haben 28 Münzen. Wir kaufen uns hier schonmal einen Schlüssel. Und noch einen. Dann gehen wir hier rein. Worth. War total worth. Das war echt total worth. So. Und dann gehen wir in die nächste Ebene. Denn, äh, auch wenn ich das ganz cool finde. Immer wenn wir getroffen werden, kriegen wir Bomben. Wir machen nicht so viel mit den Bomben. Aktuell zumindest nicht. Das ist ganz cool eigentlich. Das ist auch ziemlich sweet. Sieht. Sieht doch ganz gut aus schonmal. So, was haben wir hier? Hier haben wir einmal, äh, so eine Batterie. Die kenne ich noch nicht. Okay. The car battery causes your spacebar item to activate twice on each use. For example, with yum heart you would heal two full red hearts instead of one. Okay. Also, theoretisch gesehen, wenn wir die Pandora Box benutzen würden, würde die zweimal benutzt werden. Richtig? Und wir befinden uns hier in Sheol. Pandora. Sheol. Was kriegt man denn im Sheol? Ein Devil Room Item und ein schwarzes Herz. Das heißt, es würde zweimal benutzt werden. Es heißt, zwei Devil Room Items und zwei schwarze Herzen. Oh, das klingt, äh, nach einer Runde Worth. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Alter, wie viel Spinnen mache ich denn hier? Okay. So, wir machen jetzt folgendes. Wir holen uns die Batterie und dann das Teil, ja. So, weder geht jetzt nicht. Spawnt einfach nur Herzen. Aber es ist okay. Es waren trotzdem ganz gute Sachen. Ähm. Was ist diese Box? Jetzt habe ich mich letztens schon gefragt, was diese Pille ist. Diese riesige. When used copies the effect of the pill you are currently holding without consuming. Das andere ist ein Range Up Tier Heil und Luck Up. Ja, ein Range Up brauchen wir eigentlich jetzt nicht unbedingt, oder? Wobei, könnten wir theoretisch mal mitnehmen. Naja, wir gucken erstmal noch. Wir haben ja noch zwei Worte. So. Machen wir jetzt erstmal. Okay. Sehr gut. So. Was haben wir hier? So. Jetzt haben wir folgendes. Wir haben neun Bomben. Wir können also noch ein paar Mal wegsprengen. Wir können hier mal einmal reinlaufen. Alles klar. Das hat sich irgendwie gelohnt, auf jeden Fall. Okay. Satanische Bibel. Das ist ziemlich swaggy. Weil immer wenn wir die jetzt benutzen werden, werden wir zweimal benutzen können. Das ist ziemlich swaggy. So, wir machen jetzt folgendes. Wir sprengen das hier weg. Und hoffen, dass da noch ein cooles Item kommt. Raw Liver. Raw Liver. Raw Liver. Das ist, äh, Full Health. Äh, zwei rote Herzen. Will ich eigentlich nicht. Ich höre noch irgendwas Damage-mäßiges. Was war das nochmal? Diese Maggi-Puppe. Das ist auch ein neues Item, glaube ich. Tears Up, Range Up. Und Tear Hate. Das ist ja übel sick. Fünf Range Up? Kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Gut. Ich würde sagen, oh, SMB-Superfan. Fuck. Ah, das hätte ich lieber mitnehmen können eigentlich. BFF ist auch sweet. Ah, gibt es hier irgendwie noch eine Möglichkeit Münzen zu bekommen? Eventuell hier. Ah, nur ein Schlüssel. Aber ist auch okay. Ein Schlüssel ist auch okay eigentlich. Hm. Schade. Hätte ich vielleicht anders machen sollen. Fällt mir jetzt mal so im Nachhinein auf. Naja, gut. Schade. Aber wir haben immerhin zwölf Herzen. Das heißt, die Chancen stehen diesmal relativ gut, dass wir eventuell ein bisschen mehr schaffen. So, wir sind jetzt auch nur im Shop. Das heißt, es gibt wirklich nur den Shop. Äh, da haben wir einmal diese drei Schüsse. Okay, hier haben wir einmal das hier. Na, das hätten wir eigentlich nur aufheben können. Warum habe ich da für einen Schlüssel gerade benutzt? Richtig dumm. Ähm. Ansonsten, ja. Wir machen jetzt einfach die Mobs, würde ich sagen. Oh Gott. Oh Gott. Fuck. Okay, äh, wir sind relativ strong. Irgendwie habe ich das Gefühl. Das ist sweet. Ähm. Ab jetzt. Okay. Okay. Was haben wir hier? Black Judas. Aber brauchen wir nicht. Macht ziemlich, äh, gar keinen Sinn. Okay. Weiter geht's. Und wir sind beim Inbus. Jetzt hoffentlich. Hoffentlich klappt's jetzt mal. Ey komm schon. Oh, der hat mir Münzen abgezogen, der Sacker. Sackerle. Sackerle. Länen. Oh, der hat mir schon. Oh, der ist das ein Ding. Böken. Und dann und dann werden wir hier, wie sie sind. Schön, schön. Ja, komm schon. Ja! Bitch! Ich habe Lilith endlich freigeschaltet. Puh! Jetzt machen wir noch ein paar Münzen hier rein. Wooden Nickel. Okay. Warte mal, nur 2%? Warum denn nur 2%? 3, 4, 5. Nice. Ich konnte fast alle Münzen reinmachen. Wollen wir noch mal gucken? Vielleicht haben wir hier noch ein paar mehr. Ach so. Ich habe ja... Stimmt ja, die Automat ist ja kaputt. Gut. Alles klar. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben Lilith, Incubus und Cambion Conception. Also, mit Lilith müssen wir alles durchspielen. Mom, Boss Rush, Darkfloor, Kathedrale und so weiter und so fort. Und auch natürlich den Greed Mode. Und ja, ich denke mal, wir werden uns beim nächsten Mal an Lilith machen. Vielen Dank. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war es für heute. Schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein! Ziblion